Jetzt durch den Marktplatz auf die Bühne kommen. Wir begrüßen unsere künftigen Prinzen Dirk II. und unsere Bonner Alexander II. Geleitet von der Präsidentin des Christausschusses, Gladys Stockhaus, und von Oberbürgermeister der Stadt Bonn. Und wir begrüßen sie mit uns am Motto Loschmer! Loschmer! Und alle dreifachen Bonn! Dirk! Alexandra! Und dahinter kommt dann das Kinderprinzenpaar, Luca I. und die Kinderbonner Christina I. Dann kommen aus Godesberg Prinz Tomias und Godesia Vanessa. Die Wäscherprinzessin Franzi I. und die Likörerprinzessin Mareike I. Und wir begrüßen sie alle mit einem dreifachen Bonn! 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 Sie laufen alle brav dem Oberbürgermeister hinterher, der versucht eine Gasse zu bilden. Mein lieber Aschhock, langsam, langsam, langsam! Da ist der Prinz Paar, wir begrüßen es mit einem dreifachen! Dirk! Bonn! Alexandra! Alexandra! Prispa! 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 Und damit ihr das Poto nochmal hört, roben wir los mal! Prispa! 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 Das war's! Das war's!